Ihr seid Handwerker, modernisiert Räume und Anlagen, zum Beispiel Heizungsanlagen. Dann steht am Anfang immer die Bestandsaufnahme. Hinfahren, anschauen, Fotos machen, gucken, was ist da los. Am besten schnell und einfach. Genau hierfür haben wir die passende Technologie. Mit solchen 360-Grad-Kameras kann man den ganzen Raum in einer Minute erfassen. Wir fahren jetzt kurz hin, machen so eine Aufnahme und wenn wir wieder zurück sind im Büro, vermessen wir diesen Raum, analysieren ihn. Ja, wir planen sogar. Kommt mal mit, ich zeige euch, wie das funktioniert. So, da sind wir schon. Geht ganz schnell, in drei Minuten sind wir fertig. Kurz rein, Raum kopieren und Abfahrt. Let's go. Zusätzlich können wir mit solchen Laser-Entfernungsmessern noch eine ganz genaue Messung machen. Einfach auf den Boden stellen, zum Beispiel für eine Deckenmessung und auslösen. Fertig. Jetzt noch kurz der Upload. Auch fertig. Jetzt gehen wir zurück ins Büro. Wir waren ja gerade vor Ort. Wir haben dort die Bestandsaufnahme gemacht. Wie sieht der Raum aus? Wir hatten die Kameras dabei, können auch mal schön vergleichen. Natürlich auch ein Laser-Entfernungsmesser. Und jetzt mal gleich das Allerwichtigste. Warum waren wir denn dort? Um den Raum zu erfassen. Und für wen? Ja, ich war jetzt dort und ich sitze jetzt hier. Was wäre, wenn jetzt aber ein Kollege, ein Mitarbeiter hier weiterarbeiten muss? Der muss jetzt den ganzen Raum verstehen. Der muss sich jetzt reindenken. Wie lange braucht man dafür? Und wie lange braucht man dafür, wenn man tatsächlich nur ein Handy hat? Ich habe es ja extra mal gemacht. Ich habe hier Fotos gemacht. So wie das heute immer noch bei vielen Standard ist. Man fotografiert in den Raum rein. Dann fotografiert man mal in jede Richtung. Dann fotografiert man die Leitungen. Und man muss immer überlegen, wo geht die Leitung raus aus dem Bild? Wo geht sie wieder rein ins Bild? Also man braucht einfach Zeit und es kostet Gehirnschmalz. Und wir haben diese Zeit nicht. Da dazu im Vergleich jetzt direkt mal ein Rundumbild, wo man hier schön sieht, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Und da sieht man die Tür, die Anlage. Man sieht die Leitung, das Fenster, Ausdehnungsgefäß. Und schaut mal, wenn ich jetzt verstehen will, wo geht eine Leitung hin? Ich kann es einfach super nachvollziehen, weil ich den ganzen Raum auf einmal erfasst habe. Und das ist einfach wichtig. Ich spare mir so viel Zeit. In einer Minute habe ich das Foto gemacht. Wenn ich jetzt mal hier an den Detailrand zoome. Dieses Bild stammt von der Insta360 One X2. Dann sieht man auf dem Display, kann man jetzt nicht mehr alles erkennen. Jede Kamera hat eine Auflösungsbeschränkung. Das geht einfach nicht ins Unendliche. Wenn ich jetzt mal hier dazu den Vergleich nehme mit der Ricoteta Z1, dann sehen wir hier ein anderes Bild. Natürlich dasselbe Raum. Auch hier wieder die Heizungsanlage, die Tür, die Verrohrung, das Fenster. Aber wenn ich jetzt an ein Detail heranzoome, sehe ich etwas mehr. Wenn ich wirklich ein wichtiges Detail brauche und ich brauche es wirklich ganz, ganz genau, weil vielleicht eine ganz kleine Bezeichnung draufsteht, Typenschild, ja dann nehme ich mein Handy, schieße einfach ein Foto von diesem Detail, füge das hinzu, funktioniert wunderbar. So und jetzt schauen wir uns mal an, wie man diesen Raum hier vermessen kann. Dazu drücke ich einfach auf den Knopf hier, die Vermessung startet und ich beginne mit dem Grundriss vermessen. Ecke Nummer 1, Ecke Nummer 2, schön sichtbar, Ecke Nummer 3 sichtbar, Ecke Nummer 4 ist nicht sichtbar. Ich als Mensch weiß aber, wo sie sich befindet, hinter dem Ausdehnungsgefäß und kann sie deshalb problemlos setzen. Ecke Nummer 4, wir schließen wieder ab und haben jetzt den Raum grundlegend vermessen. Länge, Breite und wir haben ihn auch unterteilt in Boden und Wände, das heißt, ich kann jetzt einfach an der Wand hier vermessen. Ich mache mal das Fenster, vielleicht müsste man hier ein Rohr rausführen für eine Wärmepumpe oder irgendwas und zack, haben wir das Fenster vermessen. Die Vermessung ist 2 bis 4 cm genau. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, ja, was ist zum Beispiel mit der Tür? Die brauche ich auf einen Millimeter genau. Da müssen wir ja durch, ja, müssen wir mit Sachen durch, müssen Sachen raus. Ich mache es mal, ich vermesse jetzt hier mal mit der Lupe hier oben auch die Türe und was kommt heraus? 85 cm. Für einzelne, ganz wichtige, kritische Maße, ja, dann nehme ich zum Beispiel so ein Laserentfernungsmesser. Den gibt es mit Bluetooth und ohne, also bei manchen kann man den Wert direkt auslesen, bei anderen nicht. Egal wie, ich stelle ihn in die Aufnahmesituation zum Beispiel auf den Boden, mache ein Foto davon, damit ich weiß, was ich fotografiert habe, was ich gemessen habe. Ich habe dann beides zusammen und ich kann hier im Rundumbild super zusammenkriegen, was habe ich fotografiert, was habe ich gemessen mit dem Rundumbild und dem Raum. Ich habe es mal mit der Tür gemacht. Man sieht hier die Türe. Der Laser hat mir 83,9 cm Maß für die Türöffnung gegeben. Ja, man sieht jetzt natürlich, die Vermessung im Bild sagt 85 cm und deshalb passe ich das Ganze jetzt an. Ich schiebe das Ganze auf 84 cm, machen wir besser 83 cm, denn der Mitarbeiter, der das jetzt übernehmen muss, der will sich ja auch sicher sein. Habe ich das Ganze hier korrigiert. Der Mitarbeiter sagt aber vielleicht, du Chef, super Raumauffassung gemacht und das in einer Minute, herrlich, ja, aber wie kommen wir in den Raum rein? Der gute Chef hat da dafür einfach auch mal den Kellerflur fotografiert. Und da kann man natürlich jetzt genauso auch schön sehen, Mensch, wie kommen wir denn in den Raum rein, durchs Treppenhaus? Was gibt es hier noch alles im Kellerflur zu sehen? Und Treppenhaus kostet eine Minute, so ein Bild. Ich stelle die Kamera noch kurz im Treppenhaus auf und dann kann ich nämlich hier auch sehen, wo kommen wir denn runter mit dem Aggregat? Wo packen wir das aus, damit wir wieder ein bisschen schmäler haben? Wie kommen wir rein in den Kellerflur und in den Heizraum? So habe ich die ganze Situation erfasst. Ich kann im Büro eine komplette Planung machen, eine Arbeitseinweisung. Wo fahren wir hin? Wie sieht es da aus? Die Mitarbeiter gehen vorbereitet rein, können vorab Fragen klären. Und das ist ja heute ganz wichtig, Zeit zu sparen, schneller, effizienter zu sein. Wenn auch du oder ihr Räume erfasst, wenn ihr solche Räume für eure Mitarbeiter erfassen müsst und ihr habt vielleicht so eine Kamera oder ihr wollt euch eine kaufen, mit unserer Technologie könnt ihr schnell und effizient Räume erfassen. Ich freue mich auf euch. Bis bald.